Ok Ich versuch mal nicht zu sterben Oh man, oh man, so ein kleines Stückchen hat mir gefehlt Ähm, ich hab die neue Welt betreten, oder? Klassien missgestalten Oh Okay. Geschafft. Nächste Welt. Gibt es ja keine roten Kristall gefunden? Ach, der erste. So, haben wir doch. Die Welt habe ich echt schnell fertig bekommen, muss man sagen. Und wir sind jetzt in der Burg. Hey, ich bin wirklich gut. Tja, ich bin wirklich gut. Sie ist hier gut? Sie haben das neue Fußball. Sie sind in der Burg. Kommt jetzt der Boss? Ah, jetzt kommt der Boss. Es gibt hier sechs rote Kristalle. Ähm, okay. Ich komm da wieder hoch. Den zweiten hab ich. Aber wie ich zu den anderen komme, ist das eine bessere Frage. Boah, das war verdammt knapp. Okay. Come on. Okay, ich werde mal kurz hier eins... Okay, Leute. Lassen wir die Scheiße beginnen. Ah, okay, verstehe. Oh, okay, verstehe. Oh, komm jetzt. Okay. 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 Ah, verstehe. Oder ich komme dir nicht da hoch. Das ist scheiße. Okay, so kann ich auch. Hat sie ein bisschen beiden, verdammter Geist. Dankeschön. Ungeschafft. Geist? Oh nein. Okay. Einmal hab ich ihn geschocken. Gewonnen. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Hier wieder. Aber erstmal sehen, ob das die letzte... Muss ich das wirklich machen? Ich denke mal, was angenehm ist. Was? Wieso hat die Biene mich jetzt nicht getroffen? Oh, verdammt war das knapp. So. Vielleicht in der letzten... Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in der letzten Stage spüren. Okay. Okay. Fuck you, Spiel. Fuck you. Wenn es so weitergeht, wenn ich noch bald wirklich Game Over, dann schaff ich den Bonus nicht. Okay. Bitte, Spiel. Verarsch mich bitte nicht. Komm bei? Ich wichst. Genes... Dildo irgendwas. Dildo... irgendwas. Also... Endlich geschafft. Okay, geschafft. Ich habe einen... Wie viel was habe ich? Ich habe jeden Tag einen Erfolg geschafft, das muss ich gleich mal anschauen. Vielleicht 200 Gegner bis sie, kann auch sein. Verheil dich mal. Okay. Klasse. Echt mal klasse gemacht, Gautam. Echt klasse. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal irgendwie zu sterben. Oh, das war verdammt knapp. Oh, nein, Mann. Oh, komm. Oh, nein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Also im nächsten Part. Okay, Leute. Boah, verdammt war das knapp. Vergessen wieder anzuschauen. Klasse, Gautam. Klasse. Das war ein fucking Läden. Geil. Okay. Knapp, knapp. Das für eine Trophäe habe ich gewonnen. Okay. Ah, 200 Monster habe ich schon besiegt. Okay. Dann gibt es nur das hier. Okay. Okay, bis heute ist kein Game Over. Also kein Leben mehr, so gesagt. Wieso seid ihr fucking Krabben da wieder? Boah, knapp. Oh, nein, Mann. Oh, nein, Mann. Bis Safe-Point erreicht. Okay. Okay. Irgendwie habe ich vor diesen Sprungpassagen irgendwie keine Angst. Okay, diese zwei Minuten mache ich noch zum letzten Part dazu. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wirklich jetzt.